Where did all these guys come from? Take them down, Tom! Take them down, Puck! What the hell? Ach, von dort rechts auch noch. Ja, ist gut. Wir wissen, dass du tot bist. Doof, dass dort kein Speicherpunkt ist bei den Cops. Take them down, Tom! Have that, you bastards! Thank you, Christ. All right, Tom, Phoenix, help us. Checking out over here. Colonel, take them down or I'm a dead man! Ja, es gut, es gut! Fuck. Oh! Right here! Gotcha! Take that guy out! Junge! Das Holz bringt hier nichts als Deckung. Klassisch ist soo schwierig. Ich werde das wahrscheinlich noch tausendmal sagen. Aber gut. Nichts. You can't save it. Where did all these guys come from? Take them down, Tom! Catch! Fire! Thank Christ! You dead! Come on, Tom. Find us home. Check them out over here. Drop your Gottes. Look down to me. Let's go, Walter. I'm a dead man. Get a bit of shotgun! I got your back! Go back! Molotov! He's over me! I don't have any gun! I don't have any gun! I don't have any gun! Where the hell are you? Jesus! Shitty place to die! Echt'n shitty place to die! Seh' ich auch so! Ah! A lot of blood! Yeah! You like that? They're coming up the stairs! No! Oh! Oh! Ah, ich brauche erst munitions! So! Schon wieder! Oh! 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 Ich brauche erst mal! Oh! 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 We got cops! We got cops! Sind die von hier gekommen oder durch die Scheune? Von hier! Geht's! Was war das? Wie ist das? Okay, 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 hey. We're gonna get y'all patched up, okay? Shit! Decobert, Kalonate. We got more company. All right, get in. I'm right here, Simon. There's some ammo and a Thompson back there somewhere. When they pull in behind you, blast them down. Just don't let them get past us. I can't trust. I can't get my best. Take them out of time! Load them behind me! Good night, asshole! You bastard! You bastard! You bastard! Oh God! He's all in the right on our ass! That truck's taking to my side! Holy bastard! Ha, halbwegs. Unser Truck ist fast tot. Oh shit. Ja gut. Ich wollte schon sagen, ob das geplant sei, aber offensichtlich nicht. Ja, das Hecht duscht das Licht, fast nix. Schon wieder, Junge. Wie soll ich das bitte schaffen? Muss ich die Cops ausschießen oder die Autos? I don't know. Wieder mal die klassische Schwierigkeit am Arsch. Where are they coming from? There's no post-tops. We're not gonna take much more. Oh, you're like that, you bastard. Was ist das? We're not going to do it. We're not going to do it. We're not going to do it. Oh crap! We're not going to do it. We're not gonna do it. I let you cow. We're not going to do it. We're not going to do it. We don't. We're not going to do it. It's too much fire ! Kann ich sehen schon ein bisschen anders aus? Ops. Der Truck ist trotzdem fast gut. Shit! Shit! Sam, you okay? We're in trouble, Tom. Gotcha! Pauly! We need to go now! Get this guy off me! That thing's gonna... Pauly! We got... Shit! Shit! We're good! We're in trouble! I'm a wheel man too, Tom! Hehehe. Es wird nix. Shit! Ich glaube ich habe gerade ein Game-Breaking... ...fack gefunden, wie's aussieht. Ich glaube wir... ...fangen sie vom Checkpoint an und wird sie gleich wieder tot. Oder auch nicht. Ich muss auch nachladen. Ich bin dran! 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 Ja! Ich kann es mit allen Seiten herstellen. Ich bin dran. 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 Wahnsinn. Ich bin dran. Oh, good smokes. Sam! Sam! We made it. We're at the doctor's house. Three, I owe you. Pauli, what the hell are you doing here so late? Uh... Evening, Doc. Sorry to wake you, but, um, we had a little accident. We got an injured man out here. All right, bring him inside. Okay, thank you. Okay. I'll stay with Sam. You can take the truck back. Call it a night. No, I'll wait. The Doc's already got his hand full. No sense in both of us breathing down his neck. Go on, Tom. We'll be fine. Okay. Hey. You did good tonight. Youngers, bring my lasher to me. You did good tonight? Oh, Peace you've been looking for a bit Ich muss echt immer wieder sagen oder denken, dass die Musik in dem Spiel hier so viel mit zur Atmosphäre beibringt. Echt immer auf den Punkt gebracht. Ziemlich nice. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas Spannendes. Süd, aber irgendwie nicht so aus. Nee. Zumindest hier drin nicht. Aber vielleicht hier vorne. Auch nicht. Schade. Aber hier. Zigarettenbilder. Magazin gibt es nicht. Was war das bitte? Gut dann. Zurück. Nach Hause. Hier ist ja. Jetzt ist ja auch. Teil unserer Serie, nach dem Präsidenten Pläne und Resultate seit seiner Inauguration. Während wir diesen Krieg machen müssen, sollte es keine Befehlungen und keine Befehlungen sein. Also super. Und wie immer lief das hier mal ziemlich gut. Eigentlich gibt es nie irgendwas, was hier gut läuft. Aber so wie es sollte. Irgendwas kommt eben dazwischen. Und was für eine dunkle, schaurige Nacht. Ich hoffe, Sam kommt durch. Denn sonst wäre es ein bisschen für nichts gewesen. Aber wir werden wieder sehen. Und nochmal so zum zeigen, so wie es normalerweise aussieht. Das sieht schon viel besser aus mit dem Reshade. Ja. 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 Lost Heaven Line. Was dem Gold wird jetzt leider wohl nix. Wird denn dann? Aber damit... WDR. 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 Das war's cold. Work. Marry me. Marry me. Okay. Kanadische Nachbarn. Kapitel abgeschlossen. Ein Ausflug aufs Land. Ein Ausflug aufs Land. Ein Ausflug aufs Land.